Lungenkrebs ist einerseits natürlich durch chirurgische Maßnahmen zu behandeln, wenn man früh erkennt. Damit kann man den Lungenkrebs komplett aus dem Körper entfernen und somit auch eine sehr gute Lebensqualität und Lebenserwartung erzielen. Leider ist es so, dass Lungenkrebs, weil er nicht weh tut, erst sehr spät diagnostiziert wird, also in Stadien, die man dann womöglich nur onkologisch, sprich mit Chemotherapie behandeln kann, wobei uns aber heutzutage sehr hilft, dass diese Chemotherapie schon sehr zielgerichtet ist, auf bestimmte genetische Prozesse abzielt und natürlich auch sehr individualisiert eingesetzt werden kann, dass bestimmte Patienten die bestimmte Merkmale beim Tumortragen mit bestimmten Antikörpern behandelt werden können. Bei Lungenkrebs ist leider die Lungentransplantation keine Option. Leider hat sich immer wieder gezeigt, dass Lungenkrebs oft auch eine unentdeckte, den ganzen Körper betreffende Erkrankung ist. Wenn man nur das Organ Lunge tauscht, kann es sehr leicht passieren, dass in dem neuen Organ Lunge, das ein Spender ja mit sehr viel Aufwand dem neuen Empfänger geschenkt hat, wieder mit Krebs befallen wird. Wenn die Krankheit überhaupt nicht mehr heilbar ist, wenn überhaupt keine Chemotherapien mehr greifen können oder man schon alle Chemotherapien oder operativen Möglichkeiten hinter sich hat, muss man sich darum kümmern, die Symptome zu lindern. Die Symptome sind einerseits die Atemnuch zu nehmen und andererseits auch wieder natürlich Schmerzen zu nehmen. Das ist mittlerweile eine Domäne, wo man überrascht ist, wenn man doch wieder auf Produkte zurückgreift, die sehr stark verpönt sind, die eventuell in die Familie der Cannabinoide gehört.